Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Island mit Schlitzfiebel, Kung und äh, ah, Liffel, äh, mit Hubert und dem Durchi, der hier, äh, auch noch sitzt und grad gewochen wird. Liffel, schnell weg. Akko, Kung ist unterwegs. Wir wollten hier grad noch irgendwo hin, haben zwar bei der letzten Folge nicht ganz geschaut, ach so genau, zum, zum Elektro-Bubi hier und, äh, den, äh, den Transistor anmachen. Ach ja. So, wo haben wir die Tür auf hier? Ach, das war ja nix. Jetzt. Zack. Ah, what the fuck? Ach die Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schon mal die Strom angemacht hier. Was ist da? Was ist da in der Kiste, hinten? Was ist da? Ein Fakt. Also in so'n Aufge... Mhm. Und hier, wer, Schlagregen hat schon jemand genommen, okay. Ja, ich verbrauch den jetzt nicht unbedingt. Ich hab den auch nicht genommen. Ach, da war noch ein Schalter, ja, sehr gut. Hier ist der Markus zurück. Okay. Ah, Gek! Komm! Ja. Ja. Ja, ich bin hier mal hier. Hey. Hey, wo willst du hin? Hier sieht uns keiner. Okay. Oh mein Gott. Jetzt aber hier noch hier. Oh mein Gott. Ich bin auch noch da, Pona wird eh immer vernachlert, dass ich in dem Spiel bin. Hey, what the fuck? Was denn? Da ist deine Freundin, hol zu dir. Da kommen sie an, du sch... Oh man, hat sich ja gar nicht gelohnt für zwei. Ne. Och, crap. Ja, das ist schade, da muss man sich schon so lange aufsparen, wenn man es ja machen kann, dann kommen keine Gegner. Oh Gott. Wie alle sich drum prügeln, wie Zombies killen. Es macht halt sau Spaß. Oh, hier wird Fußball gespielt. Ich guck mal... Das schützpiepers Bild schon wieder. Oh! Ach, schützpieper wieder. Oh shit. Geht ohne mich weiter. Ich brauch noch einen Moment. Ekelhaft. Oh Mann ey. Oh da, Freund. Ich guck mir das gern alleine an. Für ihn. Oh, was ihr schon wieder denkt. Da gibt's aber auch immer so Vorlagen. Na für ihn ist das eine Vorlage. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Ich mach ihn mit einem kaputten Messer tot. Wir sind wieder bei den Wandertippen. Ach so, ja, wir müssen auch hier hin. Wir sind bei Markus. Oh, das wäre ja angekommen. Das auch noch. Wir können auch hier kurz warten. Kommt hierher. Komm, ich komm, ich komm. Also, ich komme zu euch. Ich meine. So, kotcht mal mal den Bubi hier an oder was? Ja, ihr könnt euch da oben bekabbeln. Ihr habt euch hier lieb. Okay, alles funktioniert. Korks, go tell Darwin the good news. I'll stay here just in case the fuses blow, when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Komm, wo das Stückchen? Er hat mir dann gerade seinen Knüppel in den Gesicht gehalten, eigentlich. Cool. Hier gibt es noch Geld bei ihm. Eins mit Ohno. Okay, damit. Nicht viel, aber es ist was. Oh, zu wenig. Für den Aufwand. Ja. Oh, jetzt ist er aber auch hartnäckig hier. Wer denn? Victor. Ach so. Aber hab ich dir noch gesagt, dass wir heute aufnehmen. Tja. Na, kannst du dich aufmachen? Nein. Aber du bestimmt. Ja, sicher? Ja. Bitte sehr. Oh, cool. Gefällt mir. Aber ich kann dich auch nehmen. Das ist aber schade. Oh, jetzt hat er aufgenommen. Yes. Das ist erst am Level 16, ne? Und schon hoch. Mach doch nichts. So, äh, ja. Quest. 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 Was machen wir mal? Quest. Weiß nicht, welche Quest. Jetzt haben wir das wieder zurückzubringen. Sind wir jetzt nicht gerade in der Nähe von Jennifer? Oh, nee, das ist da hinten. Oder auf Sendung? Auf Sendung ist eh nicht. Ist auch da oben scheinbar. Okay. Und was jetzt? Was denn irgendwas? Zum Quest abgeben, oder was? Das soll mal südlich gehen, zu diesem Lifeguard-Bäude da. Dann machen wir schnell Reise nach oben und dann... Hier oben muss ich ehmals einsammeln. Habt ihr das auch? Ja, der sammelt jetzt... Dadurch, dass wir so kontinuierliche Quests haben, wie beispielsweise das Wasser sammeln und das Alkohol sammeln, werden uns die Sachen auf der Karte angezeigt. So viel, bis wir genug haben, um die Quests einmal abzugeben. Ach so. Aber ihr geht jetzt nach hinten. Wo? Oh, komm, geht's aber nicht gut hier. Oh, Bäm! Da setzt er sich in eine Spritze. Alter Schwede. Voll aufgenommen. Alter Junkie. Mach doch nichts. Oh, hier! Pass auf! Ah, der andere hat schon gekriegt. Klatsch. Ins Gesicht. Oh, oh, oh. Ich werde gleich den Kopf verlieren. Yes! Karre! Ich habe mir vorgetan. Höhlechen! Ich abscheide. Tach! So, hi! Ah, da geht schon wieder die Hand drüber zur anderen Seite. Ich sehe es ganz genau, da vorne. Ist die Hände bei euch? Das ist der falsche... Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Das ist der falsche Steuerknüppel, der in der Mitte. Oh, Mann. Halt mal an, halt mal an! Oh, Alter. Scheiße. Schnell weg hier. Eingeparkt. Ja, aber wie halt? Ich habe die Hälfte meiner Leben verloren. Ja! Oh, guck mal, was machst du da? Das haut du alleine ab. Alter, oh, was ist die da? Ah, sehr schön, Guck. Gibt's hier noch was zu holen? Bzw. können wir mal reparieren, wa? Ich bin der Akro heute. Was ist denn mit dir? Jeden musst du treten. Nee, nicht jeden. Ich würde erst verdient haben. Hau, hab ich das Holz verdient? Das gibt's ja gar nicht. Jeder kriegt's mal ab. Reparieren ist auf jeden Fall nochmal eine gute Sache. Auf jeden Fall. Auch wenn's teuer ist. Geil. Verkauf nicht die scheiß Messer, ist mir auch echt egal. Und schon wieder geflucht. Guck, siehst du da? Wieder geflucht. Ey, 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 ey. Wer hat sich denn da... Ritzki, bin krass. Was für umgebaut. Heftig. Burn like hell. Ach, der zackelt. Das sah aus wie so ein Schwert. Ja, so ein MMORPG-Schwert. Hat hier so ein... Hehehe, mit Schlamm-Aura, ja. Hehehe. Boah, das tödliche Eigenbau-Hackmesser ist natürlich auch schon schön, ne? Boah, wie geht hab ich denn ja ansonstenweise. Boah, wie krass. Ist das ne Fackel? Nein. Ja, das ist die Fackel-Mod, ja. Nee, das ist mein meistens anderes Schwert. Hehehe. 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 Alles dokumentiert. Hm. Kann ich ja nicht was... ...brauchen. Wo sehe ich denn mein Geld da oben? Hier ist ein Energy-Drink. Oh ja. Energy-Drinks sind ja auch noch ein paar. Wenn man weiter durchgeht, hier gibt's auch einen Automaten, wo man sich Energy-Drinks für 5 Dollar kaufen kann. Aber hier liegen auch genug rum, also guck erstmal da. Hm. Hm. Dann fängt er mich das noch mal mit. Ich überleg grad, ob ich mir meine neue Waffe kaufe. Ich krieg mir gar kein Geld. Boah, ich hab's viel Geld? Ja, ich hab 6695. Wow. Okay. Huhu, ich bin Hubert und dann 695. Du bist der Money-Maker, oder was? Genau. Komm all wohnen. Ja, das hab ich auch. Wir können dann nach oben gehen und euch gegen Mottis eintauschen. Nee, ich hab nur eine. Guck, ich hab noch nicht genug. Ich hab nur eine Flasche. Gucken Sie, wer es tun? Ich? Ich hab 7. Ach so. Dann kannst du einmal eintauschen oben, wenn du willst. Wobei, Spieler, gibt es auch eine Möglichkeit, die günstiger einzutauschen. Wenn man sich das so lange aufheben möchte. Oh, oh. Spoiler-Alarm. Boah, soviel wie ich es schon gespoilert hab. Na ja, das Problem, wenn wir das Spiel schon einmal komplett durchgespielt haben. Und was passiert zum Schluss? Werden wir alle sterben? Ja. So. Ja, hey, dann brauchst du auch keine Let's-Play-Folgen auch. Nee, deswegen ist die letzte Folge jetzt auch. Haben wir nicht gesagt? Ah, okay. Okay. Ja, dann. Nö, also. Kann man hier auch aufhauen. Oh, ich tanz weiter. Ja, okay. Hallo. Da. Waaah. Mhm. Ein Antenne. Oh. Mit Mensa auf. Aber die Musik ist cool. Hier auch. Ihr habt ja relativ leise gestellt, damit ich alles andere gut höre. Hm, bei mir hört man das ganz gut. Ja? Jo. So, was ist unser nächster Plan? Schnell reisen. Oh ja, also hoch, ne? Stimmt, stimmt. Deine Tür brennt. Hehehe. Hehehe. People have been asking. Let em down. See what they need. So, alle da? Let's take a look, shall we? Wo is er? So. Die steht da unten rum. So. Gerade irgendwie... Net da. Oh, man hat's dir gedacht, dann machen wir mal ne Pause zwischen den drüben. Ja genau, wir wollen mal kurz den Temp-Shop machen. Ich habe gedacht, ihr macht die Schnellreise, weil irgendwie... Ja, wir müssen auch aufwachen. Dafür musst du hierher kommen. Ach so, ja wie krass, Entschuldigung. Ist aber schlafen gegangen, oder was? Yes! Was ist denn los? Die Piepe! Wie sie mir die Tür zugemacht hat. Nooo! So, und wo können wir ihn abschieben? Ach so, genau zu ihm, da hinten, bis dahin. Mach mal, mach mal. Mark has said it's gonna work. Let's give it a shot, turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. Aha! Strom und so! Yes! Was? Was ist das denn? Der Durchdruck! Ach du, ach so. Jetzt schreibt er mich sogar schon ins Team an. Das gibt's echt nicht, diese Hartnecken, die kehrt. Arrung, Schaft! Yes! So, wer ist das? Was fällt ihm ein? Wer ist was? Ach, jetzt kommen wir an die Bergbank. Geil. Schreibt sich denn immer an? Das ist derjenige, mit dem ich bald zusammenziehen werde. Und hier ist noch. Aha! Witz! 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 schon. Jetzt hier weiter ins Eck. Ja, noch weiter ein Stück. Haben wir gerade von den Typen den Schraubenschlüssel gekriegt? Ja. Können wir noch mit dem Net reden? Ich habe diesen Signalverstärker auch gerade genommen. Den müssen wir wieder da, wo wir gerade herkommen. Okay. Wo meintest du? Ist es noch jemand? Draußen dann. Also in Richtung nach draußen hin, nicht ganz draußen. Er hier, oder was? Nee, 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 hier nicht. Da kann ich erst mal verkaufen. Zumindest habe ich eben gerade noch mit den Reden, jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt. Ich nehme echt auch jeden Schrock mit. Ich nehme wirklich nicht mehr mit den Schrock. Verkaufst du denn? Auch wenn es nicht viel bringt. So, jetzt wirst du wieder mit den Reden fahren. Nein, ich hatte gerade mit den Reden. Ah, okay. Ich habe... Nein, ich wusste nicht mehr. Ich habe... Nein, ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht mehr. Damit gucken da... Ich... 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 Danke, ich... Danke, ich... Danke, ich... Danke, danke, danke. Ist mein Fresser? Okay, alter Schwede. naja tunge so und jetzt können wir, wie war das, Schnellreise zum anderen oder was? ne ne, hier sind wir ja ganz gut ich muss ja gestehen, ich hab ja mal wieder nicht auf die Uhr geguckt ja müssen wir mit Auto holen? oder warte noch, Schnellreise wieder zurück zum Lifeguard Gebäude oder? da müssen wir den Verstärker abgeben ah stimmt war Hel nicht noch mit Anne reden? ah nee, Anne ist auch wieder ganz woanders wo also die war da hinten mit dem Bunga los, ne? richtig, da war was ja, hier, genau hier hoch, dann lass uns jetzt hier hoch und da hinten hin und dann machen wir einen Stopp hey, reise ich hier nochmal hä, wo waren wir? die Schnellreise ist hier unten oh ja wir Deppen vor wie die Schnellreise ja ja, voll arm wo ist das denn? ok, wusste nicht so, jetzt gehen wir doch die Quest oben, ne? warum, was war denn hier? irgendwie ist das gerade meine Tastatur ok, so jetzt gut so, jetzt haben wir mal kurz was wieder so gut nice vielleicht können wir endlich diesen Schnellreise zu arbeiten, danke ich bin stärker wow, wie viel, geil, ich hab jetzt 7000 oh, hier, hier, hier ja, ok, du, denn ich würde sagen, wir haben Päuschen, ne? ja das sollte eigentlich schon wieder ausreichen bitte entschuldigt, falls die Folge zu lang beziehungsweise zu kurz sein sollte, wir haben sich auf die Uhr geguckt ja, passiert ja, ist nicht ungewöhnlich bei dem Netzplay muss man dazu sagen nö, wie oft wir es schon zu lang gemacht haben der ist auch mal ein bisschen kürzer ja, oder noch ein bisschen länger, es wurscht, kennt man schon ja, genau du kannst ja guck, gib ihm noch was, stell dir Alkohol du weißt, nein 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 das ist eigentlich schon eine ganz gute Idee warte kurz jetzt geht's los ja, klar jetzt wird sich hier mal einer genehmigt wird so, oh, nicht der Hammer der Hammer wird sich genehmigt oh ja, das ist ja auch gut warte, warte, warte warte, warte äh, Schauschlüssel gib dir den Alkohol wo ist der Alkohol? warte ich's auf jetzt war das auch? wo ist noch hier hin? ah, cool, das sieht man sogar ja na, people, darf ich dir einen ausgeben? ja, bitte, ich hab keinen na, cool wuhuhuhu bitte ja kann ja ja, denn zum wohl harte auah genau, hier, der war los warte 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 Ich trinke weiter. Tschüss. Tschö.